Zehbau, wir haben immer eine Idee, zehbau.at Genießen Sie doch das Original, Franz Tausch Lebkuchen, ischla-lebkuchen.at 31. Dezember, Partystimmung pur beim internationalen Reifelsensilvesterlauf im Peuerbach. Tausende begeisterte Fans, Kinder-, Volks- und Staffelläufe, die Weltelite beim Lauf der Asse zum Anfassen, zusehen, mitmachen, dabei sein. 31. Dezember ab 12 Uhr, internationaler Reifelsensilvesterlauf in Peuerbach. Hi, Jam Black Cup 2017-2018 in der Sepp-Öller-Halle in Matigofen. Das legendäre Nachwuchshallenturnier von der U8 bis zur U12 am 16. und 17. Dezember 2017 sowie am 24. und 25. Februar 2018. Noch gibt es Startplätze. Gleich anmelden unter 0650 840 1678. Internationaler Baumit Junior Cup mit dem U15-Event in Scherling. Dort, wo sich die Elite des europäischen Nachwuchsfußballs trifft. Fußball bewegt, begeistert, vereint, schult, sozialisiert und integriert. Internationaler Baumit Junior Cup mit dem U15-Event. It's Party-Time in der Bezirksportale Scherling. Vom 27. Dezember 2017 bis 6. Jänner 2018 mit dem großen Baumit U15-Event am Samstag, den 6. Jänner 2018. Alle Infos auf esternberg.com Mit dem Nachtragsspiel gegen Grün-Weiß-Micheldorf, das eigentlich in der 15. Runde über den geschundenen Rasen gehen hätte sollen, endet für den SV Zeberbad Ischl am 25. November 2017 eine überlange LT1-Oberösterreich-Liga-Herbstsaison. Dass die Jaschinski-Elf bei diesem Match noch einmal Vollgas geben wird, davon kann man ausgehen. Denn mit einem Dreier gegen die Kremsthaler würde man mit den dann im eigenen Stadion gesammelten 19 Zählern die Hinrunde als bestes Heimteam abschließen und in dieser Statistik sogar Liga-Grössus-Ött hinter sich lassen. Nach dem durchwachsenen Start und der eklatanten Auswärtsschwäche mit nur 6 Punkten aus 7 Spielen kann man sich aber, unabhängig vom Ausgang dieses Matches gegen die Kremsthaler, relativ relaxed in die Winterpause verabschieden. Wir haben eine super Heimserie hingelegt. Wir sind extrem zufrieden mit den 22 Punkten, die wir geholt haben. Mehr, was wir sich im Herbst erwartet hätten. Und daraufhin sagen wir, wir sind extrem zufrieden mitten der Böhmplatz. Ich glaube, jetzt sind wir siebter. Man darf nie zu beruhigt sein, weil wenn man sich zurücklehnt, dann schläft man dann mal ein und das soll man nicht. Aber wir freuen uns schon auf das Spiel Öt im Frühjahr. Und da haben wir uns vorgenommen, das wird sich natürlich Öt auch vorgenommen haben, dass wir da zuschlagen. Und wenn wir da zuschlagen, dann sind wir zu allem fähig. Ein Mosaikstein der Heimerfolgsgeschichte ist dabei ganz sicher das Publikum. 400 und mehr Fans, die im Ökobockstadion ihre Lieblinge anfeuern, sind eher die Regel, denn die Ausnahme. So ziehen auch bei diesem Match an die 300 die Stadiontribüne den vielen eine Woche vor dem ersten Adventwochenende schon geöffneten Pondständen vor. Und gleich vorweg, die Fans haben damit eine gute Wahl getroffen. Denn ihnen wird in diesem Nachttagsspiel so einiges geboten. So etwa dieser Angriff der Grün-Weißen nach genau 70 Spielsekunden. Dabei lassen die Kaiserstädter, die aufgrund einer Auslandsreise von Cheftrainer Jaschinski von Co. Moser gekoacht werden, einem gewissen Matthias Nussi-Reuninger um eine Spur zu viel Platz. Ja und das sollte man bei einem Stürmer seines Kalibers tunlichst verhindern. Zweite Minute, der SV Grün-Weiß-Megeldorf geht mit der allerersten Aktion gegen den SV Zeber Bad Ischel auch schon mit 1 zu 0 in Führung. Nur zwei Minuten später ist Bad Ischel dann nahe dran, dieses Spiel wieder auf 0, besser gesagt auf 1 zu 1 zu stellen. Aber Gassenbauer kann den Kuritsch-Stangler nicht verwerten. Statt das Eckige trifft der Heimangreifer einen Kremsthaler. In der 14. Minute kommen an die Jungs von Gästetrainer Memic einer 2 zu 0 Führung sehr nahe. Aber die grün-weißen Karic und Jaworowic behindern sich gegenseitig. Die Chance zu einer Zwei-Tore-Führung damit dahin. Weite Einwürfe sind mittlerweile eine sehr gefährliche Waffe geworden. Zu sehen bei diesem von Ischel Smilosevic. Danach bauscht sich das Gästennetz. Allerdings ist es nur das Außennetz. Eines sieht man von Beginn an. Die Kremsthaler sind extrem gefährlich bei Standards. So brennt es nach diesem Jaworowic-Freistoß vor dem Althuber-Kasten ganz ordentlich. Gespielt ist zu diesem Zeitpunkt eine halbe Stunde. Große Aufregung gibt es drei Minuten später. Die Mannen aus dem Salzkammergut fordern bei dieser Aktion Strafstoß. Und sie dürften damit wohl richtig liegen. Denn Gästigoli Kerschbaumsteiner trifft eher Ischelskuric als das Spielgerät. Schiri Asimbasic ist da allerdings anderer Meinung und lässt weiterspielen. Das ist es dann auch schon in Halbzeit 1. Der SVC-Babat Ischl liegt beim Gang in die Kabinen gegen Grün-Weiß-Megeldorf mit 0 zu 1 zurück. Und muss in den zweiten 45 Minuten das Match drehen, will man als beste Heimmannschaft überwintern. Genießen Sie doch das Original Franz-Tausch-Lebkuchen Ischler-Lebkuchen.at 31. Dezember Partystimmung pur beim internationalen Reifelsensilvesterlauf im Päuerbach. Tausende begeisterte Fans. Kinder, Volks- und Staffelläufe. Die Weltelite beim Lauf der Asse zum Anfassen. Zusehen, mitmachen, dabei sein. 31. Dezember ab 12 Uhr, internationaler Reifelsensilvesterlauf in Päuerbach. High Jam Black Cup 2017-2018 in der Sepp-Öller-Halle in Matikhofen. Das legendäre Nachwuchshallenturnier von der U8 bis zur U12 am 16. und 17. Dezember 2017 sowie am 24. und 25. Februar 2018. Noch gibt es Startplätze. Gleich anmelden unter 0650 840 1678. Internationaler Baumit Junior Cup mit dem U15-Event in Scherding. Dort, wo sich die Elite des europäischen Nachwuchsfußballs trifft. Fußball bewegt, begeistert, vereint, schult, sozialisiert und integriert. Internationaler Baumit Junior Cup mit dem U15-Event. It's Party-Time in der Bezirksportale Scherding. Vom 27. Dezember 2017 bis 6. Jänner 2018. Mit dem großen Baumit U15-Event am Samstag, den 6. Jänner 2018. Alle Infos auf esternberg.com Keine Sorge, liebe Fußball-Freunde. Mit Ihren Augen ist alles in Ordnung. Die Seiten wurden natürlich bei diesem Nachtragsspiel getauscht. Allerdings mussten auch wir unseren Standort wechseln. Denn schien zu Beginn des Matches noch die Sonne auf unseren Kameraplatz. So setzt kurz vor der Pause heftiger Regen ein. Und der zwingt uns, die Seiten zu wechseln und auf die trockene Tribüne zu fliehen. Bei unserem Seitentausch durften wir nicht rödeln. Denn sonst könnten wir Ihnen das nicht zeigen, was genau 50 Sekunden nach dem Wiederanpfiff passiert. Nämlich diese Traumaktion der Ceba-Boys, die Rudi Durkowitsch mit dem unjubelten 1 zu 1 abschließt. 46. Minute. Der SV Ceba-Path Ischl gleicht gegen den SV Grün-Weiß-Megeldorf zum 1 zu 1 aus. Gut zwei Minuten später wieder eine dieser schon angesprochenen gefährlichen Standardsituationen der Gäste. Jaworowitsch schlägt den Freistoß vor das Heimheiligtum. Dort setzt Reudinger seinen Kopfball nur um Zentimeter neben den Althuber-Kasten. Wiederum nur 120 Sekunden später der nächste Freistoß durch Jaworowitsch. Dieses Mal ist Kössel mit dem Kopf zur Stelle. Ischls Wieser kann gerade noch vor der Linie klären. In der 53. Minute jubeln dann die Kaiserstädter schon über das 2 zu 1. Allerdings zu früh. Denn nach einem Milosevic-Einwurf hat Kuric die Führung am Kopf. Das macht er auch gar nicht schlecht. Aber mit einer Weltklasse-Reaktion lenkt Kerschbaumsteiner die Kugel in den Korner. Und auch nach diesem Eckball geht's vor dem Gäste-Tor so richtig turbulent zu. Aber die Kremstaler überstehen auch diese Situation ohne gröberen Schaden. Es bleibt beim 1 zu 1 zwischen Ischl und Wigeldorf. Zwei Minuten später dann auf der anderen Seite des Platzes eine Situation, die wir schon kennen. Ein Freistoß für die Gäste. Jaworowitsch führt aus. Und dann ist Nussi Reuninger nahe dran an seinem 13. Saisontreffen. Aber Ischl kann gerade noch zur Ecke klären. Die schlägt wiederum Jaworowitsch vor das Alltour geführt. Die Heimatwehr übersieht am kurzen Eck Ajaskaric und das rächt sich bitter. 6.56. Minute. Grün-Weiß-Micheldorf führt in der Kaiserstadt gegen den SVC-Bau mit 2 zu 1. Das vorhin angesprochene 13. Saisontour der Micheldorfer Torgarantie mit Namen Matthias Reudinger gibt es zum Leidwesen der Ischl-Fans nach genau einer Stunde zu sehen. Sein Hammer bringt Micheldorf die 3 zu 1 Führung und Nussi auf Rang 4 in der Scorerliste der LT1 Oberösterreich-Liga. Vor ihm nur die Scharfschützen Kragl, Gujanovic und Gujaev. Reudinger damit schon seit Jahren ein Garant dafür, dass die Grün-Weißen ein fixer Bestandteil in Oberösterreichs Elite-Liga sind. Ich spiele nach wie vor gern Fußball. Es gibt irgendwie nicht einen Alten und einen Jungen. Das ist auch das Motto bei uns. Die Einstellung muss passen und der Einsatz und der Wille. Dann bringt man auch über längere Zeit die Leistung. Ich glaube, dass das das Geheimnis ist. Nur 2 Minuten nach diesem 1 zu 3 Nackenschlag wird es für die Salzkammergutjungs dann so richtig düster. Ambrusch sieht nach diesem Foul zu Recht gelb. Diese Kartenfarbe kennt er aber schon aus der 13. Minute. Also kommt Rot dazu. Bad Ischl mit 2 Toren im Rückstand und jetzt auch noch mit einem Spieler weniger am Platz. Aber auch zu zehnt ist die Zebra-Mannschaft eine Viertelstunde vor Schluss nahe dran am 2 zu 3 Anschlusstreffer. Aber die Gäste klären nach einer abgerissenen Milosewitz-Flanke auf der Linie. Und auch in der 80. Minute fehlt nicht allzu viel, um noch einmal Hoffnung in Sachen beste Heimmannschaft zu schöpfen. Die Heimelf jetzt mit dem Mut der Verzweiflung wirft auch zu zehnt alles nach vorne. Und so ergeben sich natürlich viel freie Räume für die Gäste. In der 90. Minute kann Ischls-Hawilko gerade noch das 1 zu 4 durch Micheldorfs Winkler verhindern. Im direkten Gegenzug dann doch der zu diesem Zeitpunkt längst verdiente Anschlusstreffer der Kaiserstädter. Durkowitsch mit der Maßflanke auf Josip Kuritsch und der nickt zum 2 zu 3 ein. Da läuft allerdings schon die zweite Minute der Nachspielzeit. Und so ist kurz darauf Schluss im Ökobox-Stadion. Der SV Zeberbad Ischl vergibt mit der 2 zu 3 Heimniederlage, übrigens erst die zweite zu Hause, gegen den SV Grünweiß-Megeldorf die Chance, sich als bester Heimverein in die Winterpause zu verabschieden. Für die Kremsthaler dagegen ist dieser dritte Auswärtstreier im beinharten LT1-Oberösterreich-Liga-Abstiegskampf wohl goldes Wert. Die Liga ist eng und wir brauchen jeden Punkt. Und wie gesagt, für uns war das heute Gold wert, die drei Punkte noch einmal vor der Winterpause. Und im Frühjahr müssen wir dann sowieso angasen. Schon angesprochen, die LT1-Oberösterreich-Liga so stark wie schon Jahre nicht mehr. Ja, auf alle Fälle. Es ist eine kampfbedarnte Liga, in der man den Mann stellen muss. Und das haben wir auch heuer im Herbst wieder gemerkt. Also es geht ganz einfach schnell nach unten und auch wieder trotzdem schnell nach oben. Und wir wollen wieder nach oben in der Tabelle. Ich glaube, die letzten zwei Drittel, wie Sie gesagt haben, sind total in Ordnung. Und ich ziehe gerade den Hut von unserer Mannschaft. Die hat mitgezogen, wir haben jetzt den 25. November. Es ist, glaube ich, nicht so einfach, dass man da die Spannung so aufrechterhält und wirklich den Hut ab von unserer Mannschaft. Die hat uns wirklich jetzt im Herbst einige schöne Spiele beschert. Und ja, da gibt es jetzt eben früher die Devise, dass wir da fortsetzen. Und ja, da gibt es jetzt die Spannung.